Mobilität wäre auch sehr nett. Erwarte keinen Dank von mir, bevor ich nicht wieder vollständig bin. Kein Ausruhen auf Lohr! Sekretär! Jetzt muss ich wohl seine Reine suchen. Schisselongen! Quatsch! Hockern! 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 Das ist jetzt Jahre her. Es ist Zeit, diese Kindereien abzulegen. Oh, oh, oh. Die Ausmaße dieses trostlosen Traktes kennt keiner außer den Bewohnern. Die Ausmaße dieses trostlosen Traktes kennt keiner außer den Bewohnern. Sie hat das East End in einen Abort verwandelt. Du solltest ein einfaches Farmleben erwägen. In Australien vielleicht. Wir könnten dein übriges Erbe zu Geld machen. Die Ausmaße sind abgeschafft. Keine Ausmaße sind immer in der Welt. Die Ausmaße sind bis zum Umkippen. Im Himmel waren es tolle Preise. Es ist besser zu arbeiten als dafür bezahlen zu werden. Die Ausmaße sind bis zum Umkippen. 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 Das war's für heute. 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 wie ein... finden, was vor sich geht.